So Leute, da bin ich wieder zurück und einige von euch habt es ja bestimmt schon im Laufe des Tages mitbekommen. Es gibt wieder einen neuen Playstation Plus Skin für euch, kostenlos, wenn ihr halt eben schon einen Playstation Plus habt. Ihr wisst selber, ich bin inzwischen am PC nur noch und in Anführungszeichen jetzt noch an der Xbox, aber auf der Xbox gibt es gefühlt gar nichts gratis, was das betrifft, sondern als letztes war ja der PC dran mit dem Skin, der gratis war und jetzt ist halt die Playstation dran. Ich zeige euch mal gerade nochmal, wie das genau sieht, also genau so sieht der nette Herr aus, ist wieder in Blau gehalten, klar, Playstation Look bleibt ja auch nicht aus. Wie ihr das Ganze bekommt, geht einfach auf eure Playstation in den Shop rein, ganz normal, gebt einfach nur Fortnite ein, scrollt nach ganz unten und da werdet ihr das Paket schon sehen, weil es nochmal mit dem Playstation Plus Logo versehen ist und dann einfach auf kaufen gehen, das kostet euch nichts, weil für euch ist es halt wie gesagt kostenlos, da ihr Playstation Plus habt und so kommt ihr ganz einfach an den Skin dran und ich wünsche euch natürlich viel Spaß mit dem Exklusiv-Skin. Einige von euch haben ja bestimmt auch den Exklusiv-Skin vom PC mitgenommen, obwohl sie gar nicht am PC spielen. So, dazu sage ich jetzt dann auch mal nichts, euch auf jeden Fall trotzdem viel Spaß mit dem Skin und in dem Sinne nur um ein kleines Infovideo und haut rein!